Musik 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 Ja also hier auf der A81 an der Raststätte West zwischen Neckarburg und Rottweil brannte heute Abend auf dem Parkplatz ein abgestellter LKW in voller Ausdehnung. Es wurde sofort von der Leitstelle Rottweil die Feuerwehren Omerndorf und Rottweil parallel dazu alarmiert mit wasserführenden Fahrzeugen. Es war eine unmittelbare Gefahr für das danebenstehende Fahrzeug, für den LKW, für den großen Sattelauflieger. Der hat bereits an der Seite entsprechend Blasen geworfen. Die Lampe stand schon schräg, direkt neben dem Fahrzeug, aber wir konnten das sehr schnell mit einem Wasserschaumangriff dann herunterlöschen, Hitze herunterbekommen und jetzt sind wir noch beim Arbeiten, der Nachlöscharbeiten beschäftigt. Aber soweit das Feuer in Gewalt. Musik 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 Musik